Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es kein Video Tutorial, sondern heute will ich euch eine Neuigkeit mitteilen. Ab heute mache ich nicht mehr nur Computer Tutorials und allgemeine Tutorials, sondern wie ihr seht, mein neuer Slogan ist Design dein Wissen. Eigentlich ist das nicht mein neuer, das ist mein erster. So, ich veröffentliche einfach auf meinem YouTube Kanal jetzt unter anderem das interessante Themen, die man einfach mal wissen sollte. Zum Beispiel wie mit dem Internetvertrag, also VDSL und DSL Verträge und andere Sachen. Ich hoffe damit öffnet sich mir eine neue Tür, mehr Videos hochladen zu können, weil bei Computer Tutorials sicher weiß ich noch einige, aber ich komme es halt einfach auf keine Tutorials mehr. Ja, also schon wie gesagt, ich werde ab jetzt was für euer Wissen tun. Ja, und bis zum nächsten Video Tutorial. Tschö.